Ah Leute, es gibt neue Magic-Karten und zwar die Free-Aktien, Surrender to Perfection. Das bedeutet, Mensch und Roboter werden eins und werden perfekt. Und guess what? Wir vereinen uns heute auch mit einem Roboter und ich würde sagen, nehmen wir doch einfach den hier. Dafür habe ich bereits dieses Teil vorbereitet. Dafür habe ich so Moosgummi genommen und ja, eine Latexpaste angemischt, alles hier dran geklebt und wir schauen mal, wie das dann gleich so zum Schluss aussieht. Ich habe schon mal eine Glatzenkappe aufgesetzt und jetzt kleben wir meine Augenbrauen ab. Die Kontaktlinsen sind schon drin und jetzt kommen wir zur Farbe. Okay, jetzt kommen noch ein paar Schattierungen dazu und jetzt kommen wir zum Kopfteil. Okay, so war das nicht geplant. Und das hier ist der fertige Look. Ich hoffe, es gefällt euch. Schreibt mir gerne in die Kommentare, in welche Perfektionen ihr euch verwandeln möchtet. Ihr findet die Karten übrigens online alle zu kaufen oder auch im Shop. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken.